...und natürlich im Hauptkampf des Abends die Revanche und die Weltmeisterschaft vom DTF im Handschwergewicht zwischen Titelverteidiger Henry Maske und seiner Herausforderer Tatiano Robicciani. Ich habe Zeit weitere Ehrengäste zu begrüßen. Vom FC Bayern München begrüßen wir den Kapitän der deutschen Nationalmannschaft Lothar Matthäus. Ich weiß nicht, warum ich den Lothar auswahl, denn er hat ja heute gar nicht mitgespielt. Und wir begrüßen den Nationalspieler Thomas Strunz. Und da der FC Bayern heute 1 zu 2 verloren hat, begrüßen wir den Manager aus Lothar, die früheren Nationalspieler. Herzlich Willkommen von Rußbach. Und das ist Businessman. Vom FC Bayern München. Vielen Dank. 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 Go, go. Go, go, go. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war das Ende der dritten Runde. Ich weiß, dass Sie auf den Hauptkampf warten, liebe Ducks-Grohers. Aber ich wünsche Sie auch herzlich in Rasmus-Grohers. Ihren Beinkasen zuzocken. Give me a second. Where are we going? It's okay. My friend is when you're writing. That's the only time. You know, when you're just not going to work. Just jab out, check in. That's all you have to do. Nothing, there's nothing to prove. There you go, get in. Come on son. Seconds out, please. You're not working, yeah? I'm in five to a captain of London, round four. Two, three. Three. Number four. Two. Three. Four. Three. Four. Four. Five.